Und damit ein herzliches Willkommen an alle Player, Gern und Hipsers da draußen. Ja, das Five Nights at Freddy's Best of steht jetzt an. Ich hoffe, es wird euch gefallen, dabei zuzusehen, wie der Thomas rumbrüllt, als wenn ein großer Junge mir die Süßigkeiten wegnimmt. Das macht mich direkt traurig. Auf jeden Fall, viel Spaß! Wie Reboot Oil? Ja, ich möchte vielleicht System Restart und das... Ich würde es einfach nur runterbekommen. Das wäre sehr nett vom Spiel. Nein! Fuck! Was soll ich tun? Jesus! Hilfe! Nein! Hilfe! Hilfe! Ah! Und schon mal hoffen, wir hoffen mal, dass auch kein Jumpscare kommt. Denn das wird fatal. Ah! Ah! Ist er hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Yay! Oh ne, hier liegt er. Error? 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 Hä? Was ist das denn für Müll? Verstehe ich nicht. Hallo? Kann was passieren? Ich will da durch. Ja, Error. Ich verstehe, dass er Error ist, aber... Hä? Man muss ja doch irgendwie durchkommen, oder? Ja. Ah! Holy shit! Oh oh. Ich habe was gehört. Aber es hat sich angehört wie die Lüftungsschacht. Ich wusste es. Wenn du reden willst, also wir können jetzt reden, also vielleicht bist du gar nicht so böse wie du tust und willst nur reden, also fang an. Was ist das da? Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das? Fuck! Ventilation! Ventilation! Wer läuft da lang? Wer läuft da? Wer ist das? Wer ist das? Oh Gott! Hilfe! Okay, reboot es schneller. Im Übrigen gibt es hier auch ein alternatives... Scheiße! Ende! 3 Uhr morgens und wir sind gefickt. Vielleicht ist er hier... Oh fuck, was ist das schon hier für ein Bild? Ich hasse es, wenn ich... Ah! Oh! Gott! Ach da! Da! Ähm! Hey! Was geht? Also... Ähm... Heute Abend schon was vor? Oh nein! Oh! Es ist Freddy! Es ist nur Freddy! Es ist nur Freddy! Beruhig dich, David! Error! Oh, jetzt kommst du angesprungen! Jetzt hab ich aber Angst! Fuck! Was war das für eine Maske? Oh je! Oh Gott! Was ist das? 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 Hallo? Oh bitte geh weg! Bitte! Bitte geh weg! Bitte! Geh weg! Hau ab! Was ist denn? Hallo? Oh Gott! Habt ihr diese Maske gesehen? Habt ihr diese Maske gesehen? Die fünfte Nacht ist schrecklich! Die fünfte Nacht ist schrecklich! Foxy! Ah! Oh nein! Was war das? Das war Foxy! Ich will das Spiel nicht mehr spielen! Ich will nur noch sterben, Alter! Ich will nur noch... Oh mein Gott! Och! Ich hab dich überhaupt nicht gesehen! Ah! Was war das denn für eine Scheiße! Ja, wir können uns wieder anstarren! Vielleicht verlieben wir uns ja! Boah! Ich könnte ihn boxen! Mir ist vielleicht kein M5! Dann kein M7! Ja, fick dich Ballon! Und ich will dieses Spiel nicht mehr spielen! Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen! Es ist kacke! Der Ballonjunge kann mich mal! Oh oh oh! Ja, nee! Nee! Guck mich nicht so scheiße an! Geh weg! Hi! Kein Mensch will dich haben! Verpiss dich! Mongo! BITTE! BITTE! Es ist 6 Uhr morgens! Ja! Oh 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 oh! Alter! Wir haben es geschafft! Och! Spring in the Spring Trap! Kannst du mich auch töten! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Ja, geh weg! Oh oh oh! What the fuck? Wo ist der hin? Hä? Hä? Ist das ein Bug oder was? Hello? Ja! Fick dich! Spring Trap! Los spiel meinen Sack!